Ne, wieder so ne Kiste. Käfer, kannst du den nicht irgendwie für mich eliminieren? Komm ey, gerade ungedeckt. Ungedeckt! Ja genau, komm du mal hier rüber. Das find ich ne super Idee. Damit hab ich gar kein Problem, find ich. Genau, das ist eigentlich ideal. Du bist auf so nem kleinen engen Seil, wo man easy runterfallen kann und ich steh hier wunderbar sicher und kann darauf warten, dass du mir in die Flinte läufst. Komm. Ich will gar nicht selber hier drauf. Ich will eigentlich nur, dass der kommt. Er hat sich grad eben selbst eliminiert. Ich hab nicht mal was machen müssen. Ich bin nicht mal... Das kannst du nicht mal fahrlässige Tötung nennen. Der ist einfach nur an seiner eigenen Dummheit gestorben. Ich hatte gar kein Mitwirken. Ich war nur kurz auf dem Seil und er hat daneben gehauen und es runtergefallen. Ich mein, vielleicht führt er jetzt da unten auf glückliches Leben. Ich weiß es nicht, aber... Ich geh eher nicht davon aus. Ich bin nicht die anyways, operates auf. ich möchte mich noch nicht auf. Vielen Dank.